so hallo und willkommen zu level 13 welt 3 das sind ja ganz viele welten das sind fünf welten a 20 level das ist eine ganz schöne menge er kriegt schon was anzitter ich hier so meine gute parkinson lipo aber nur parkinson in linken hand das kommt von vielen spargel zupfen was machen die jetzt mit mir irgendwie das gefühl dass das so die einzige sichere art ist da drauf ach er sagt irgendwas hier wie pusten die mich auf oder was oder was soll man das sagen oder die möhren schmecken gibt es lila möhren zum beispiel lipo die lila in den möhren sind hier besonders köstlich das von der auflösung ja gut wie gesagt es wird ja nichts dargestellt das ungefähr das hier das weiß ich doch dass da dann da drauf ist ich könnte dann dazu dem eis schweben habe ich dir jetzt schon genommen doch habe ich schon so da hat er seine lust lust seine luft verloren ich will gerne wissen ob die etwas mit dem machen ach schitte ja die machen was mit dem aber ich dachte irgendwie da würde die da würde den weiter schleudern andere die holen unsere trifft versuchen trophäen durch dosen flaschen sind das ja durch flaschen kaputt werfen zu holen hallo ach die gehen nacheinander wenn ich den hoffentlich folge dann sollte ich eigentlich nicht weiter behelligen ich muss wieder gucken wo die kamera ist so die save points sind sehr fair also ich muss ganz ehrlich sagen in einem abwasch würde ich nicht spielen man soll irgendwie versuchen dass sie einem werfen die hier ich weiß aber nicht wie das gehen soll ja wie soll ich sagen irgendwas wo ich interagieren kann wo ich wie dieses eis oder ist feuer oder sowas sogar die geht hier ganz durch und dann müsste doch wieder ganz zurück gehen dieser sand wo man das auch mal das sein soll also für eine grundidee gefällt mir das spiel wirklich gut ich muss erst mal gucken wie die überhaupt agieren hier wo die kamera ist so so da oben liegt nichts kann man schon mal darunter gehen also ich sehe nichts mehr was hier noch wäre wo bin ich jetzt eigentlich da das heißt ich muss das jetzt schaffen so noch erstmal bevor ich überhaupt los liegt mich richtung kamera drehen ist aber eine schwache nummer wenn ich da so früh am anfang schon anfang hier schräg zu gehen so fertig ja dafür hat mir zwei um die irgendwie so das war level 13 15 15 zwei stück haben das zeitliche gesegnet aber gibt bestimmt genug davon die seht noch nicht das zeitliche egal das war level 13 schuss bis zum nächsten mal